Moin zusammen. Moin. Wir begrüßen euch heute aus dem neugestalteten KWS-Studio hier in Einberg. Und aus diesen werden wir die KWS-Agrarforen im Dezember per Microsoft Teams-Event live und in Farbe übertragen. Es erwarten euch sechs Veranstaltungstage mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Und wie auch bei den klassischen Agrarforen in den letzten Jahren, werden neben praxisorientierten Vorträgen von KWS-Experten externe Referenten aus der Agrarbranche und der Wirtschaft kurze Vorträge erhalten. Und da schauen wir mal am besten kurz rein, was wir innerhalb der myKWS-Agrarforen für euch vorbereitet haben. Wir starten am 8.12. mit einem Ackerbauforum, worauf in den nächsten Tagen die Themenschwerpunkte Biogas, Schwein, Rind und Ökolandbau folgen. Wir starten mit jeder Veranstaltung morgens um 10 Uhr. Und ihr habt auch die Möglichkeit, Fragen per Schätzfunktion zu stellen. Nähere Informationen und das Programm zum jeweiligen Veranstaltungstag findet ihr auf folgender Homepage. Und jetzt nochmal ein kürzeres Zusammengefasst. Wir haben sechs Schwerpunktveranstaltungen, vier Referenten pro Tag und eine Veranstaltungsdauer von ca. 90 Minuten. Wir starten um 10 Uhr. Einfache und kostenlose Teilnahme über ein Microsoft Teams Live-Event ohne Anmeldung. Und wenn ihr uns einen Feedbackbogen ausfüllt, dann haben wir noch ein kleines Dankeschön für euch. Und wir sehen uns spätestens im Dezember und freuen uns auf euch. Und ihr bleibt schön neugierig und schaltet uns nächstes Mal wieder ein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.